In den heutigen Vivi-News haben wir ein Update der Webseite und des Medium-Artikel-Blogs. Außerdem haben wir hier an dieser Stelle die Drop-Details mit dabei für den Disney-Resort-Poster-Drop. Außerdem gibt es ein weiteres Collectable und zwar nämlich von Back to the Future. Und zwar sehen wir nämlich hier jetzt den Zug. Wann das Ganze droppen wird, das wirst du in diesem Video erfahren. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain Lime Vivi-News mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einer Menge, Menge Informationen nochmal mit dabei. Mit einem sehr coolen neuen Drop, Drop-Details und sehr viel mehr. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt rein ins Video. Und als allererstes würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall das Update der Webseite an. Und zwar nämlich, wenn ihr jetzt hier oben auf das Blog-Thema geht, dann öffnet sich tatsächlich hier an dieser Stelle ein neues Genre bzw. eine neue Seite. Und hier haben wir nämlich jetzt wirklich das Ganze sehr, sehr schön integriert, meiner Meinung nach. Wir können jetzt hier die unterschiedlichen Blog-Artikel einmal sortieren, einmal nach All, dann sehe ich hier alles, danach Collectibles, wir können das nach Comics, Artworks, Updates und Vivi 101 zum Beispiel hier an dieser Stelle sortieren. Finde ich an dieser Stelle wirklich sehr, sehr cool gemacht, gefällt mir extrem gut und zeigt auf jeden Fall, dass Vivi hier wirklich aktiv auch daran arbeitet, das Ganze schöner für uns hier auf jeden Fall zu gestalten. Und ich würde sagen, im Anschluss schauen wir uns direkt mal hier den Medium-Artikel an, auf der Vivi-Webseite und zwar nämlich zu dem Disney-Drop, den wir sehen werden mit den Postern. Das Ganze wird ja wie gesagt hier am 8. April, das heißt am Samstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit, droppen. Das Ganze insgesamt mit vier Postern und wir sehen das Ganze natürlich hier im Blindbox-Format. Und ja, das Ganze einmal hier startet mit diesem Foto an dieser Stelle bzw. mit diesem Bild. Das Ganze wird einen Listenpreis von 40 Gems pro Blindbox haben. Die Editionzahl hier wird bei 1055 sein und das Ganze wird eine Segure sein. Das Ganze ist tatsächlich mit dem Listenpreis bei überall, natürlich bei 40 Gems, weil wir es hier mit einem Blindbox-Job zu tun haben. Dann haben wir hier auf jeden Fall das nächste Bild. Das wird auch wieder eine Editionzahl von 1055 haben, ein Listenpreis von 40 Gems, regulär. Dann haben wir auf jeden Fall hier das nächste, einmal mit diesem sehr interessanten Poster. Das Ganze wird wieder auch 1055 Editions haben und an dieser Stelle auch wieder eine Segure sein. Anschließend haben wir dann das letzte Poster, nämlich Space Station X1. Finde ich persönlich mit einer der coolsten Poster hier von diesem gesamten Job. Schreib mir sehr gerne unten in die Kommentare, nimmst du den ganzen Job mit oder nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du dazu sagst. Und ansonsten kommen wir zu Back to the Future und dem nächsten anstehenden Back to the Future Part 3 Drop. Und zwar sind wir nämlich hier jetzt die Lokomotive als Zeitmaschine. Und das Ganze muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe mich schon sehr lange darauf gefreut und es sieht auch wirklich gut aus. Wir schauen uns gleich auch nochmal ein Video dazu an. Das Ganze wird am Sonntag um 17.00 Uhr der Zeit hier droppen mit einem Collectible. Und auch wenn man sich hier schon mal das Preview anschaut, das sieht schon mal erst mal sehr, sehr gut aus. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal anschauen, nämlich der gute Metaverse Live hat an dieser Stelle schon mal hier einen kleinen Einblick bekommen. Beziehungsweise hat er dazu schon mal ein Video gemacht. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz auch mit Sound an. Das ist so cool. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich bin auf jeden Fall sehr, sehr halb auf diesen Job. Ich finde ihn sehr, sehr cool. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das Ganze eventuell sogar unter Droppreis landen könnte. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Collectible und auch animiert und meiner Meinung nach grafisch auf jeden Fall auch wirklich gut gelungen. Dementsprechend schreibt mir sehr gerne unten in die Kommentare, nimmst du den ganzen Job mit oder nicht. Und wie viele von den ganzen anderen Collectibles hast du schon, beziehungsweise von den DeLoreans hast du den Part 1 und Part 2? Schreib es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Und als letztes gibt es noch ein kurzes Update und zwar nämlich zu den Platin-Moment-Postern. Hier wurden insgesamt bis zum 5. April 114 Donald Duck-Poster redeemed, 135 Mini-Mouse-Poster, insgesamt 161 Dumbo-Poster und 164 Mickey-Mouse-Poster. Das heißt hier an dieser Stelle die meisten Mickey-Mouse-Poster. Ihr könnt das Ganze noch bis zum 26. April einlösen und ich denke mal, einige werden hier auf jeden Fall noch ihre Flasche burnen dafür. Aber ansonsten, bis dahin habt ihr noch Zeit, ansonsten darüber hinaus ist es leider nicht mehr möglich, die Flasche für ein Post-it zu burnen. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.